ja servus leute und herzlich willkommen hier in unserem supermarkt im supermarkt simulator biojuice sehr schön packen wir mal oben rein da muss man auch den preis direkt machen 279 cola das ist gut neues getränk 209 verdienen wir auf jeden fall ja relativ viel geld hoffentlich viel geld ist immer gut okay das ist doof dann nehmen die kohle wieder rein die kohle darin das ist der apfel biojuice das ist der orange 279 für 249 die dritte sorte noch da unten für 250 ok der ist leer der ist leer ok sehr gut dann haben wir den karton jetzt erstmal hier weg basmati reis ist voll puder zucker ist voll schwarzer kaffee ist voll wir brauchen geschnittenes brot geschnittenes brot brauchen wir milch sechser supraim mehl erdnussbitter also also 1 da ist irgendwas leergegangen, ich weiß jetzt nicht was was ist hier leergegangen das müsste eins der Anfangsprodukte sein Müsli, geschnittenes Brot geschnittenes Brot ist das stimmt, ich wollte da sagen, da fehlt da irgendwas am Karton leer so, was fehlt jetzt noch, Wasser Milch haben wir da, sehr gut dann haben wir das voll Wasser müssen bestellen Wasser und Basmati Reis da haben wir noch mehr Basmati Reis was haben wir da noch, da haben wir noch Salz ist aber voll das ist leer, sehr gut geht doch Puderzucker Müsli ist leer, sehr gut, dann ist das auch wieder weg schwarzer Kaffee ist auch leer leer, sehr gut Orangensaft ist Apfelsaft, das müsste Orangensaft sein das Apfelsaft das Mati Reis Wasser da ist noch das einfache Mehl, sehr gut Öl haben wir da unten brauchen wir neue Nudeln haben Nudeln noch hier? Ne, Nudeln haben wir nicht mehr hier Nudeln, Eier Eier, Nudeln Heftig, wie viel wir verkaufen hier Cola das die Zickerfreie Basmati Reis ist ein Paket das kann weg haben wir noch Käse da haben wir noch Käse, sehr gut haben wir noch Platz für zwei Öl haben wir, sehr gut dann ist der Katrin nämlich auch schon mal weg es geht voran Salz Basmati Reis ein Paket noch über Wasser sonst geht's eigentlich, ne? Tee, Erdnussbutter Subprime Mehl Erdnussbutter ist noch hier Ne, aber so geht's doch relativ gut voran wir brauchen jetzt noch Spaghetti Spaghetti Äh, Spaghetti wo sind sie? Spaghetti Spaghetti brauchen wir das Farinmehl Schwarzer Tee Müsli Müsli und ne Milch würde ich auch würde ich auch bestellen okay, ansonsten war es das glaube ich erstmal was wir bestellen können oder bestellen müssten ja dann würde ich sagen, beenden wir den Tag gehen wir den nächsten Tag rein und dann bin ich mal gespannt was noch so ansteckt gut Erweiterungskosten ist jetzt natürlich eine ganze Menge aber Öl Erdnussbutter runter Wasserflaschen hoch 4,99 runter 4,99 Wasserflaschen hoch 3,99 ok ähm gut dann müssen wir starten in der nächsten Folge im nächsten Tag noch ich danke euch fürs Zuschauen bis dahin Servus und tschüss bis dahin 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 Bis zum nächsten Mal.